So, hier haben wir heute genächtigt. Unser Lager ist wieder tippitoppi. Blumen haben wir eingepflanzt mit dem Video, müssen wir mal sehen. Mein Handy hat richtig gesponnen. Unsere Sachen sind natürlich schon wieder gut verpackt. Das wird gleich noch alles aufgehoben. Das ist meine Powerbank, die noch ein bisschen lädt. Und am besten wir starten jetzt auch gleich wieder, weil noch haben wir ein bisschen Sonne in ein paar Minuten. Der Himmel ist am Zudecken. Die sprühen halt wieder fleißig da oben. Der Himmel ist fast dicht. Deswegen sollten wir uns noch ein bisschen Sonne tanken, damit wir unsere Solarzellen noch ein bisschen aufladen. Und ja, noch ist sie da. Und wir werden dann weiterfahren an der Elbe entlang und gucken mal, wo uns der Weg heute hinführt. Also, Fahrräder sind gepackt. Taschen werden jetzt zugemacht. Lager ist sauber. Schatzi macht hier noch die Zähnchen. Und dann können wir schon losstarten. So, ich bin rasiert. Also, macht's gut.